Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Internetsprechstunde. Im Rahmen dieser Internetsprechstunde werde ich Ihre Fragen beantworten, die Sie mir im Laufe der Zeit gestellt haben. Lassen Sie sich überraschen, es wird spannend. Viele Patienten wollen kein Metall mehr im Mund haben. Eine Patientin sagte zu mir, diese Blechkronen will ich nicht. Sie verstand darunter das Blitzen der Metalle im Seitenzahnbereich oder auch die dunklen Ränder, die man ja teilweise bei den Schneidezahnkronen sieht. Das ist vorbei, weil wir heute digital arbeiten. Das heißt, wir arbeiten nur noch mit Keramiken, also mit weißen Zähnen. Wir haben hier was eingeblendet, damit Sie sich das mal entsprechend anschauen können. Man fragt sich natürlich, was kostet das denn? Ist das teurer als die Metallzähne? Antwort eindeutig, nein. Durch die moderne Digitalisierung sind die weißen Zähne, die Keramikzähne genauso kostengünstig wie die Metallkronen. Manchmal sogar kostengünstiger. Außerdem, und das ist wiederum eine gute Botschaft, arbeiten wir mit einem Rechenzentrum zusammen. Das heißt, wir können Ihnen eine kostenfreie Finanzierung anbieten, beziehungsweise das Rechenzentrum bietet Ihnen das an. Und wir haben eine Mindestrate schon ab 25 Euro, sodass man sich also eindeutig die Zähne leisten kann. Darüber werden Sie von unserer Patientenberaterin aufgeklärt. Das heißt, Sie müssen natürlich vor der Behandlung wissen, was bekomme ich, was kann ich bekommen und was kostet mich das? Diese unverbindliche Beratung bieten wir Ihnen an.